Servus, hier ist der Tim vom Gottscha Spielfeld und jetzt habe ich mich direkt ein bisschen schicken müssen, oder was heißt müssen, jetzt muss ich mir ein bisschen schicken, dass wir das Video noch zusammen bekommen, bevor es dunkel wird. Wir haben den ganzen Tag für euch das Feld hier aufgebaut, die neuen NXL Upgrade Bunker sind gekommen und wir haben das Ganze jetzt schon im Sunshine State Major 2022 Layout in Florida aufgebaut und morgen werden wir das Ganze dann das erste Mal spielen. Die Liga wird mit diesem Layout stattfinden, der erste Spieltag und ebenfalls unser Fun Cup, also kommt vorbei und wer Bock hat, ich zeige immer gerne eine Runde mit, lasst uns hier ein bisschen Spaß haben, bis dann, euer Tim vom Gottscha Spielfeld.